Ich werde... Ich werde euch alle erschießen! Fieger, wo bist du? Ich da. Warum? Ich weiß gar nicht, wohin. Boah, ich bin das Schild. Ich bin das amerikanische Schild. Will ich zu den Scheißhausen gehen? Einfach die ganze Zeit aufwechseln. Jetzt... America! Fuck yeah! What you gonna do when we come for you, girl? Es tut geil! Fieger, komm, ich bin noch im Fahrzeug, ich brauche einen Bordwichser! 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 Ja, ich komme! America! Fuck yeah! Fuck yeah! Yeah! Fieger dich! Hallo! Demokratie! Ups... Dann einfach mal so... ...serie... ...wurmen Releys als Ding an! Okay... Ab in den Fluss! Ja! Wir brauchen Stacheldraht und Z4 Beden! Stacheldraht und Z4 Beden! Die sind langsam... ...und mir... ...hat so weiter... ...kann sich nur... ...was Kriptombeispiel annehmen... ...das ist schon schon komisch... So, tog dich aus! Hat das Ding auch ne Hupe? Das sind so 50k... Motherfucker! Jawoll! Cooles Ding! Salaam Aleikum! Allahwakma! Ach man... Kann ich nicht mit dem Auto... Egal! Egal! Ein paar mal los... ...zurrt rein! Amerika! Fuck yeah! Demokratie! Das wäre echt so... AAAAAAAA! Wir können Demokratie verteilen hier! Ja! Egal, vor Maltenbach! Egal! Ich hab Kaliber 50! Eben... Hat das Ding auch ein Turbo? Einmal... In der Klarenbeschrift! Das ist aber voll für den Arsch! One way! Okay! Sind die Kämpfschüsse gehören? Ja! Gehören beschossen! Direkt zur 12 Uhr! Direkt zur 12 Uhr! Fress Demokratie, Mixer! Fress Demokratie, Mixer! Amerikanisch war das 1.000 Euro, Alter, wie der schrott, was ist das? Alter, was sind das denn für kleine Brücken? Nein, das Geräusch, ey. Oh, 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 komm, hier, fängt jeder an da, ich hab ihn. Ich futz, er ist glücklich. Wo ist er? Ich sehs. Genau da, genau da. Ich muss mich heilen. Fuck, yeah! Ich nehme an, du bist tot. Lol, ich wurde mit Artis vergessen. Amerika! Fuck, yeah! Es ist ein eigener, du Fotze! Egal! Übrigens, du kannst jetzt auch markieren, weil du Feier-Team-Leader bist. I know it! Fucker-Team-Leader! Fucker! Wir würden die mal eben diese Huren-Fop aufbauen, das wäre echt, echt geil. So, woher kommt der Feind, daher kommt der Feind, alles klar. Kannst du noch ein Auto holen oder nicht? Äh, wir sichern unser Auto wieder. Ist das doch kaputt. Nein, das lebt. Es ist gerade drei! Das lebt noch! Das lebt noch! Ja, das lebt. Das ist nur der Ober. Jawohl! Bin ich jetzt weiß? Bin ich jetzt weiß? Nein. Why? I don't know. I can defend this. Really? You are bleeding, maybe? No, yeah. Na ja, wo? Die Richtung, Krieger? Oh, ja. What the fuck? Wie kommen wir jetzt hier aus dem Kopf aus? Scheiß, nicht nur Kontakt in Richtung, ähm, Angriffsmarker. So, wer hat hier die Kopf aus? So, wer hat hier die Kopf aus? Der Wichser liegt dahinter. Der Wichser liegt dahinter. Sie haben die Kandahar hier! Kandahar! Fick dich, du RPG-Wichser! Stirb! Okay. Sorry. Danke. Also bei Poppy Farm ist viel Feind. Feindliche Infanterie Richtung Information Marke. Oh, wie ist das? Ich bin nicht mehr im Fahrzeug. Ach so? Ich beschütze euch draußen die ganze Zeit schon. Fress die Demokratie, ihr Schweine. Geil, ich würde von nächsten Ehe erschossen. Oh, ne Handflantage. Angriff! Kameraden! Was willst du? Kann? Ich bin jetzt nicht frei. Da, Poppy Farm ist für ein Ding. Eieieiei! Komm! Spawn, du Fotze! Komm! Verdammtisch! Double tap! Hebt euren Squadleet auf, ihr Fotzen! Oh, ich glaub, sie sind aussteigen, ich brenne. Jo. Abwe. 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 Schrauben! Die sind schon direkt an der Fop. Jungs, die sind direkt an der Fop. Jungs, die sind direkt an der Fop. Ah, ich steh jetzt. Jo. Die sind direkt an der Fop. Kanaken. Ich habe hier gesehen. Animes hier. Die Kanaken sind direkt nah. Dann müssen wir was dagegen tun. ich hab mich ja deshalb kein schwanz redet müssen sie so ein bisschen anstrengen wo es ich hab wie gesagt keine ahnung von der map aber folgt mir mal wir umlaufen über den orden jetzt habe ich schon so wo brauchen wir zu bleibs richtigen observation hier nicht hier schießt irgendwo ein MG die richtung ich selber machen wir auch gerade wenn du mal warte so gerade die lage teilen oh fuck off das ist ein dreckes fahrzeug alles klar danke hast du die dreckskiste gesehen mit wem sprichst du mit dem anderen ist gut beschließt die kiste ok Waffe vorsicht von links kann Infanterie kommen alles klar ich weiß nicht sogar wie der fahrzeug beschädigt ist das finde ich total geil mit dem fireteam das gefällt mega gut Fahrzeug bei mir das muss ich mir selber verbinden muss erstmal ausmachen woher der drecksbeschuss herkommt östlich von poppy farm leichtes fahrzeug ne der war von seitlich irgendwo ich habe ihn zum fahrzeug von 12 richtung attackmarker oder richtung restorationmarker naja ich habe es doch gesetzt das fahrzeug ist doch 3g772 b ah das ist ziemlich ruhig ich kipp dich auf Ja kurz im Klo Danke dir Mh Hm Wer für Smoke? Ich nehme all die Smoke drauf, die restlichen Was ist denn da? Oh fuck Ich nehme mal AT mit Jo Unsere Fob ist schon wieder heiß Nice Bidada WP Ah fein dann der Fob Ja Tötest du den Dreckskarren da? Wo ist er denn? Ich sehe sie An der Fob Ja an der Fob, blockiert die Fob Das war dort Lass uns mal würde ich sagen irgendwo Wo Hier meinen Defend Der Defend Precision Einrichten Irgendwo Ja ich schneide mit meinem Odo Wagen Und dann Warte Nicht mehr mit Ey Stream du bist ja ein Nigger Ja Ja Hab ich auch schon gesehen Das finde ich ja echt erotisch Wie setzt sich nochmal ein Rallye Ich fahr zur Poppy Form Boah das war geil Ah ich hasse diese Kurve Eilern Stopp Stirb du Bastard Was haben wir da zerstört? Fahrzeug So er hat das Fahrzeug rausgenommen Platz 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 Kapitel Verbau Deinem Teigenstall Da ist noch feindliche Infanterie gebraucht Könnte hinter der Hecke liegen Platz Deswegen wollte ich nicht stehen bleiben Einfahrts möchte vorne oder? Irgendwas Fahrbares Ja Strategic Command Online Sind die beide weg? Ja Da stand irgendwo ein 50er Da stand irgendwo ein 50er Oh Ich muss pennen Ach Was für pennen Wie pennen? Guck mal 9 Uhr 9 Uhr Baustelle Oh Pussy die 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 Vielleicht gibt es hier auf der nächsten Web einen MBT, das wäre ganz geil. Ich höre an aufzuzocken, Alter. Sitzen kann es ja schon am PC. Ah, was MBT regiert. Herr Conti regiert. Nicht mehr lange im wunderlichen Putschen. Gegnerisch Radio bei F7-6-7 offen. Ah, jetzt streamen wir in Rallye setzen. Nur es geht hier nirgends. Du hast noch eine mit dem Ventar, oder? Ah, irgendwas mit Minimum 300m Rage von der FOP. Wir könnten jetzt auf einen Kontakt stoßen. Ja, könnten wir. Ja. Theoretisch. Welcher ist der Polis? Sind die schon da, oder? Ja, sind sie. Au. Alter, ist kein Reinkommen. Wo sind Waffels schon wieder? Der fährt auf unseren nächsten Defendpunkt. Das brauche ich jetzt auch. Ich hasse, ich hasse das Spiel genauso wie Post-Captor. Ja. Also ich kann da oben nicht spawnen. Weil sie die noch im Aufschürfeln sind. Ja jetzt. Wollen sie Gas geben? Halt, warte. Ja. Dann dauert nirgends. Ich bin so zufällig, ist Squad 4 geworden Ja super, ganz nächstes hier Hallo, Nubi, Moin Er spricht Wie heißt er dich Nubi? Ich hab dich vorbereitet Er spricht Himmel Wir waren so wie Sie Westen die ganze Zeit im Ort hatten Ich weiß nicht, wir können uns auf die Verteilung konzentrieren Wie man jetzt hier beim Event ging die Sonne Ich bin grad bei Squad drinnen, ich bin da neu Neu alt sozusagen, ich kann mich nicht konzentrieren, gleich Okay Okay, let's take it Verteidigung mit Mörser und allem drum und dran Und dann schießt die Mörser und alles Ich sag's mal offiziell, also der Punkt ist auch schon verloren Warum kriegen die das denn nicht gebacken, diese scheiß Fop da auch zu schaufeln? Ach obwohl, die wollen die nicht aufschaufeln, die Jungs wollen die abschaufeln Ohhhh Okay, mein Ball Nice Jetzt wieder aus der Mainbase davor duckeln, ich krieg's kotzen Das ist grad in der RPG und ist eingeschlagen und so Hier vorne schon Jaja, an der Frontgericht Fährt irgendjemand zu heiß aus der Mainbase raus? Nein, ich hab leider keine Logi Ich hab leider keine Logi Ich hab leider keine Logi, ich hab nur amrass Nie Oh, Mann, ey Was trollt der da herum? Wow, was ein Held, ey Was ein Held Ähm, Squad Leader Du weißt es, oder? Tschüss, raus Das effekt hier Dann hast du schon mal, wie ich anders aufgefangen kam Ja, mir reicht das irgendwo nach der FPG Na, wo ist das irgendwo nach der FPG? Ja Hier ist irgendwo nach der FPG Ich weiß, ob die. Das ist auch nur so, wie ich anders aufgefangen kam Achso Wie war ich das irgendwo nachher? Wer hat das irgendwo nachher? Aber das ist ό, wie das ist? bei mir ist ein fahrzeug ich glaube den hat zerfetzt tut mir leid ich bin raus heute heilige mutter jesus kommt er ich bin auch raus